Ich bin der Flamor Chalet von der Firma Focus Strategie. Wir haben den Dienstag, den 12. Oktober 2021 und sind bei Aufgaben Nummer 8. Wir haben vor uns 18 Stufen. 18 Stücke, 0. Die Hälfte liegt hier bei 9. Wir unterteilen das noch in 3 und 6 Stufen, einfach damit wir vielleicht mehr oder weniger ein Bild davon haben und uns etwas darunter vorstellen können. Jetzt haben wir folgende Aufgabestellung. Wir können entweder 2 Stufen gleichzeitig nehmen, 3 Stufen oder eben 4 Stufen zur gleichen Zeit. Heisst also, wenn wir 2 Stufen haben, dann sind wir in 9 Schritten oben. 18 durch 2 Stufen, 9. Nur dürfen wir das gar nicht. Warum? Weil verlangt wird, dass wir mindestens noch eine andere Schrittegrösse nehmen. Also, wir haben zum Beispiel 2 mal 3 Stufen, das sind 6 Stufen. 2 mal 3. Und wir können Stufen nehmen. 6 Stufen. Und dann bleiben noch 10 übrig. Und dann können wir noch 2 mal 5 Stufen nehmen. Heisst also, folgendermassen, wir haben 18 Stufen. Wir teilen das auf in 2 und 16. Hier können wir 1 mal 2 Stufen nehmen. Und 16. Lass sich das durch 3 teilen? Nein, durch 4. Ja, durch 4 geht das. 4 mal 4. Heisst also, wir können folgendermassen vorgehen. So, wir haben hier, also, vor angegangen ist bereits 5, 0 und 2. Das ist eine Lösung. Aber wir sehen jetzt gerade, wir können 1 mal 2 Stufen nehmen. 1 mal 2 Stufen gleichzeitig und 4 mal 4 Stufen gleichzeitig. Das 3 nehmen wir auch gar nicht. Das ist eine mögliche Lösung. Wir können uns mit 3 Stufen bewegen. Und 15, 3 und 15. Welche Kombination haben wir hier? Zur Verfügung. Wir können einmal 3 Stufen nehmen. Und 15 können wir das durch 2 oder 4 aufteilen. Nein, das geht nicht. Das ist also keine Lösung. Wir könnten hier hinten aber 3 mal 5 Stufen nehmen. Aber dann müssten wir vorne auch 3 nehmen. Darum ist auch das keine Lösung. Wir gehen einmal mit 4 vor. Hier am Anfang haben wir immer Plus. Und nachher geht es in Multiplikation. 4 und 14. Das 4 können wir einmal nehmen. Und hier unten ist Multiplikation gefragt. Die Unterteilung. 1 mal 4. Und dann haben wir hier 14. Das ist 2 mal 7. Also 7 mal 2. Das ist eine mögliche Lösung. Das heisst also, wir nehmen 1 mal 4 und 7 mal 2. Und 0. Haben wir noch irgendwo das 3 drin? Nein, das ist nicht rum. Umgekehrt. Können wir hier hinten für das 14 ins 4 nehmen? Nein, das geht nicht. Wir haben ja immer auf alle Stufen sind. Wir können nicht eine halbe Stufen nehmen. Jetzt haben wir 4 gehabt. Jetzt gehen wir zu 5 und 13. 5 plus 13 geht 18 als Erinnerung. Und jetzt hier unten. Das 5 ist keine 2er, 3er und auch keine 4er Zahl. Also ist das keine Lösung. Dann gehen wir direkt zum 6 hin. Wobei? Nein, ist das nicht. Wir können das nicht als Lösung nehmen. Wir können nicht. Das 5 kann man nicht mit 2 mal 2 Stufen nehmen. Oder mit 2 mal 3 oder 2 mal 4. Das geht nicht. Das ist richtig so. Dann nehmen wir 6 und 12. 6 Stufen können wir mit 3 mal 2 nehmen. Das ist sicher eine Lösung. Und mit 12 braucht man eine andere Kombination. 3 mal 4. Oder 4 mal 3. Heisst also, wir nehmen hier 3 mal 2 Stufen. Und dann nehmen wir noch 3 mal 4 Stufen. Oder eben 4 mal 3 Stufen. Das sind beides Lösungen. Wenn wir da gerade dabei sind. Wir können auch 6 mit 3 Stufen nehmen. Das heisst 2 mal 3 Stufen. 2 mal 3 Stufen. Das kommt hier in die Mitte rein. Und wenn wir hier 2 mal 3 Stufen haben. Hier haben wir die meisten Lösungen. 2 mal 3 Stufen nehmen. Weil 18. Das ist eine 2er Zahl. Eine 3er Zahl. Zwar keine 4er Zahl. Zwar keine 4er Zahl. 12, 16, 20. Aber. Wenn wir es dann aufteilen. Und in das 6 und 12 dann eben schon. Und wenn wir 2 haben. 2 mal 3 Stufen. Ich ändere schon eine Reihenfolge. 2 mal 3 Stufen. Eine hintere Zahl ist immer die Anzahl Stufen. Dann können wir nachher wieder 3 mal 4 nehmen. Dann nehmen wir nämlich. Das macht Sinn. 3 mal 4 nehmen. Oder wir könnten auch. 4 mal 3 das geht nicht. Wir haben nur 2 mal 3 genommen. Aber wir könnten folgendes machen. Anstatt 3 mal 4 können wir auch. Können wir auch. Uns sagen. Und nach vorne kommt das 0. Und wenn wir hier. 6, 12. Wir könnten. Wir könnten das. In zweier Stufen noch. Durchgehen. 6 mal 2. Dann nehmen wir 6, 2 und 0. Das ist auch noch eine Lösung. Gut. Wir haben hier 7. Und äh. Und 11. 7 und 11. Das sind beide eine Primzahl. Die kann man nicht mehr. Kleiner machen. Dann haben wir noch das 8. Wenn wir das 8 haben. Dann haben wir noch hinten das 10. Das 8 können wir in eine Zweierzahl aufteilen. 4 mal 2. Wir sehen. Da ist auch 2 mal 4. 4 versteckt. Und das 10 können wir das in 3 oder 4 aufteilen. Hier am Anfang. In 3 oder 4 aufteilen. Nein. Das geht nicht. Das geht nicht. Und wenn wir 2 mal 4 nehmen. Dann haben wir hier hinten noch das 2 zur Option. Und das 3. Kann man das aufteilen? Nachher dahinter. Ja. Wir können 5 mal 2 rechnen. 3 geht nicht. Also haben wir 2 mal das 4. 2 mal das 4. Und 5 mal das 2. 5 mal nicht. 2 mal 5 mal. Wir sehen das ist die Lösung vom Anfang an. Warum? Weil wir als Orientierung oder Verständnis der Aufgabe noch das als Hinweis haben. Gehen wir mal mit 9 vor. Und dann sind wir auch schon in der Mitte. Und den Spiegelung davon müssen wir auch nicht einmal durchmachen. Das 9. Das klingt nach einer Lösung. Und dann fangen wir mal an. Es ist keine Zweier und keine Vierzahl. Wir können 3 mal 3 rechnen. Und nachdem muss man ja andere Stufen grösser nehmen. Da gibt es nichts mehr. Also haben wir 2, 4, 6, 7 Lösungen. Und ich habe jetzt hier damit berechnet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lösungen. Insgesamt sind es aber 10 Lösungen. Ich prüfe noch vorher. Im Albanischen bin ich noch anders vorgegangen. Und jetzt habe ich 5 Lösungen. Da bin ich vorher gekommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lösungen. 2, 4, 6, 8 Lösungen. 2, 4, 6, 8 Lösungen. 2, 4, 6, 8. Und 4 mal 1, das ist auch eine Lösung. Das habe ich bereits getan. Das ist gut. 1, 0 und 4 habe ich als Lösung. 0, 2 und 3, das habe ich nicht als Lösung. Aber 0, 2 und 3 würde bedeuten, dass wir 2 mal 3 nennen. Und 3 mal 4. Das ist 12 plus 6. 2 mal 3 und 3 mal 4. Das habe ich auch als Lösung. Das ist gut. Jetzt muss ich hier prüfen, was da noch unterschiedlich ist. 5, 0, 2, das habe ich. 1, 0, 4 ist auch gut. 7, 0, 1 ist auch gut. 3, 0, 3 habe ich. 2, 2, 2, 2. 3 mal 2. 2, 2 und 2 bedeutet 2 mal 2 plus 2 mal 3 plus 2 mal 4. Das ist 4. Dann haben wir hier 2 mal 3. Das ist 6. Und 2 mal 4 ist 8. 18. An das habe ich gar nicht gedacht. 2, 3 und 4. Das ist natürlich auch eine Lösung. Dass wir alle 3 Stufen Grössen nehmen. Das habe ich auch vorher nicht drin in der Lösung. Ich habe an diese Option gar nicht gedacht. Gut. Jetzt wissen wir es. 2, 3 und 4. Das heisst. Wie kommen wir auf diese Lösung mit dieser Methode? Ich bin zur Hälfte gekommen. Dann müssen wir hier noch eine dritte Lösung hinzufügen. Mal schauen. Ich kann es in der anderen Sprache gar nicht korrigieren. Ich lasse es mal so drin, wenn man es merkt. Gut, wenn man es nicht merkt. Jetzt haben wir hier 2, 3 und 4 noch. Die Kombination ist 2, 3 und 4. Auch hier wieder Plus dazwischen. Das heisst also, wir haben hier eine Unterteilung. Man sagt, wir beginnen mit 1. Das macht kein Problem. Wir beginnen mit 2. Dann haben wir hier nur noch die Zahl 16. Das schauen wir uns so an. Wir machen 2 und 16. Und 16 wird weiter unterteilt mit 2. Wir dürfen nicht nur die gleichlösigen nehmen. Mit 3 und 4. Mit 3. Dann ist hier die Differenz. 16. Dann sind wir bei 13. Und das kann keine Lösung geben. Warum? Weil 13 keine 3er, keine 4er, keine 2er Zahl ist. Wenn wir immer 3 Zahlen verwenden. Mit 4. Dann haben wir hier hinten noch 12. Das könnte eine Lösung geben. Und zwar. Indem wir einmal Stufe 2 nimmt. Einmal Stufe 4 nimmt. Und dann nehmen wir nur noch das 3 zur Verfügung. 4 mal 3 nimmt. 4 mal 3. 2, 4. 1 ist die Lösung. Das wird hier nicht als Lösung angegeben. Aber das ist auch eine Lösung. Also einmal Stufe 2. Einmal Stufe 4. Und 4 mal Stufe 3. Dann haben wir nämlich 2 plus 4 plus 12. Und das ist 14,18. Das wird dann eine Auslösung geben. Stimmt das? Jetzt habe ich vorher 2 durch Lösungen zu wenig eingeschrieben. Und jetzt habe ich dafür aber eine Lösung mehr gefunden. Das ist doch auch gut so. Gut. Stimmt das? 2 mal 2 gibt 4. Noch mal nachher prüfen. Das ist falsch. Ich habe es falsch hingeschrieben. Ich muss dann 1 mal 2 schreiben. 1, 4, 1. Nein, das ist angeheu in der Lösung. Das ist eine Ordnung. Das ist gut so. Das kann man so lassen lassen. Gut. Jetzt haben wir auch mit 4 aufteilt. Schauen wir noch mit 5. Mit 5 macht keinen Sinn. Mit 6 könnten wir es aufteilen. Das ist eine Dreherzahl. Dann haben wir noch das 10 hinten. Und wenn das eine Dreherzahl ist, dann ist das 10 eben keine Viererzahl. Deshalb ist das keine Lösung. Dann können wir noch mit 7 rechnen. Und dann gehen wir noch mit 8 nachschauen. 8 könnte eine Lösung sein. Ist aber nicht. Warum? Weil wir das 3 nicht drin haben. Dann haben wir hier vorne eine grösstere Zahl. Wir nehmen hier vorne die Zahl 3. Dann haben wir hier auch eine Zahl 15. Das hätte ich vorher eigentlich in einem Zug rechnen können. 15. Jetzt muss hier die Mindestzahl 2 sein. Und dann haben wir hier 13. Das ist keine Viererzahl. Darum geht das nicht. 3 dürfen wir nicht noch einmal nehmen. Also nehmen wir das 4. Dann ist das in der 11. Das geht auch nicht. 5 ist auch keine Zahl. Wo der 2 ein 4 teilbar ist. Dann nehmen wir 6. 6 ist 6. Die Differenz ist 9. 6 ist zwar eine Zweierzahl, aber dann ist das 9 keine Viererzahl. Und 6 ist aber auch keine Viererzahl. Also nehmen wir dahinter 7. 7 ist beides nicht. Also nehmen wir das 8. Das 8. Das sieht gut aus. 8 ist sicher 5, 3, 7. Das 8 ist sicher. Jetzt sind wir über die Hälfte. Jetzt haben wir eigentlich das Ende gerechnet. Und gehen nicht weiter schauen. Wir können mal schauen. 8 ist zwar eine Viererzahl, aber 7 ist keine Zweierzahl. Wir nehmen hier vorne das 4. Das ist eine Viererzahl. Der Fall da ist dann noch 14. Und 14 kommen wir wieder. Mit 1 und 13 ist beides nicht lösbar. 2 und 12. Das sieht grundsätzlich gut aus. Da haben wir 1 mal 4, 1 mal 2. Und 4 mal 3 die Lösung ist also 1, 1 und 4. 1, 1 und 4. Prüfen wir das nochmal. 4 mal 3 ist 12. 1 mal 2 ist 2. Und 1 mal 4 ist 4. 4 plus 2 das gibt 6. 6 plus 12 das gibt 18. 12 plus 2 gibt 14. 14 plus 4 gibt 18. Das muss eine Lösung sein. Ist aber nicht angegeben. Aber es ist eine Lösung. 1 mal 2 das gibt 2. Plus 1 mal 3. Das stimmt nicht. Ich muss da aufpassen. Da ist ähm... Das 2 ist ganz vorne. Also müssen wir dort das 1 anschreiben. Dann haben wir... Dann haben wir... Dann haben wir... Das 3, 4 mal... 1, 4, 1. Das haben wir bereits als Lösung. Jetzt muss ich schauen, ob wir uns bereits im... Kreis drehen. Und ob ich damit eigentlich die Aufgabe gelöst habe. Oder ob das noch grundsätzlich weitergehen muss. Wir können es jetzt auch noch mit 3 probieren. Ich denke... Die Lösungsweise, wie ich das auf Albanisch gemacht habe, ist besser. Das ist die bessere Methode. Ich sah jetzt einfach. Ich wollte gerade noch eine neue Methode probieren. Die andere Methode ist übersichtlicher gewesen. Und dann haben wir hier noch eine weitere Tabelle einsetzt. 4, dann haben wir hier noch das 4 und das 10. 4 und 10. Das würde also bedeuten, dass wir hier einmal 4 rechnen, zweimal 2 rechnen. Das 10 ist keine 3er Zahl. Darum fällt auch diese Lösung weg. 5 auch auf 6. Auf 14 hast du 8. Hier haben wir noch eine 3er Zahl drin. Und dann kann man hier 2 mal 3 rechnen. Und das 4 ist 2 mal 4. Oder hier 1 mal 4. Und hier 2 mal 4. 4 mal 2 natürlich. Oder umgekehrt. Oder wir rechnen hier 2 mal 2. Und hier 2 mal 4. Dann haben wir auch noch eine Lösung. Also 2er Zahl ist ganz vorne. 3 und 3. Und dann haben wir... 3 und dann haben wir die 4er Zahl. Die ist hinten. Also haben wir hinten das 1. Und 2er Zahl ist... Noch mal 3er Zahl ist in der Mitte. Also haben wir noch 3er Zahl in der Mitte. 2er Zahl ist vorne. Dann kommt auch 4... 1. Und hinten kommt das 1 hin. Mit dem 4i. Und einmal haben wir die 4er Zahl. Das ist ganz hinten, da kommt das 2 hin. Und dann ist das 2 vorne. Also haben wir 4, 3, 1 und 2, 3, 2 als Lösung. Auch das stimmt nicht. Wir haben dann einfach... Ich muss das nochmal anschauen. Ich finde die Methode nicht gut. Ich finde die anderen Methoden eher zielführend. Ich kann es aber nochmal probieren. Hier haben wir 4. Hier kommen wir auf 6 hin. Und hier kommen wir auf 8 hin. Hier haben wir 2 mal 3er Zahl. Wir haben 4 mal 2er Zahl und 1 mal 4er Zahl. 4, 2 und 1. Das müsste eigentlich eine Lösung sein. Das ist es auch. Gut. Und dann haben wir hier noch 3er Zahl nochmal zweimal. Aber 2er Zahl zweimal. Und 4er Zahl zweimal. Also 3 mal 2 ist auch eine Lösung. So ist das richtig. Ich finde... Ich muss hier immer notieren, dass die vorderen Zahl gelösungs Zahl ist. Und die hintere Zahl die Stufen Zahl ist. Dann kann man die Quadrat einzeichnen. Und dann orientiert man sich an die hintere Zahl und weiss, wo man das schreibt. Jetzt habe ich 2 Lösungen. 4, 6, 8, 10 Lösungen. Und das ist auch das, was angehe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zahlen. Alle 10 Zahlen sind als Lösung angegeben. Ich muss da vielleicht noch mit dem Albanischen eine Erweiterung machen. Ich mache das kurz. Dann ist das dort nochmal. Vollständig. Und dann kann man beide Methoden vergleichen. Ich denke, die andere Methode ist besser. Weil bei der anderen Methode weiss man, wann man eigentlich fertig ist. Bei dieser Methode weiss man das wahrscheinlich auch. Ich sehe es einfach gerade nicht. Und wenn man die Lösungen nicht angehe. Dann ist man bei dieser Methode, dann würde man wahrscheinlich noch etwas zu weit ausprobieren. Bei der anderen Methode weiss man jetzt immer. Jetzt ist man zum Beispiel bei x gleich 0 hat man alles angeschaut. y gleich 0 hat man alles angeschaut. Z gleich 0 hat man alles angeschaut. Gut. Ich denke. Okay. Danke, danke. Ich danke.